Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich möchte heute mit euch zusammen mal meine Grafikkarteneinstellungen überprüfen bzw. überarbeiten. Ich möchte das Ganze hier mal optimieren. Ihr wisst, ich habe mir vor einiger Zeit einen Aldi PC mit Nvidia Grafikkarte 3070 Ti gekauft und da ist schon noch Optimierungsbedarf bei dem ein oder anderen Spiel und da möchte ich heute jetzt mal versuchen verschiedene Tipps umzusetzen, die ich mir im Internet zusammengesucht habe und wir starten, indem wir in die Einstellungen gehen von Windows. Ich habe mir die hier im Startmenü angeheftet. Wie das geht, habe ich euch glaube ich im letzten Video erklärt oder im vorletzten und wenn wir in den Einstellungen angelangt sind, ihr kommt da zum Beispiel auch mit der Windows Taste I hin, dann gehen wir auf System und auf Bildschirme. So und im Bereich Bildschirme können wir uns erstmal entscheiden, ob wir HDR verwenden wollen oder nicht. Ich verwende das nicht. Ich glaube mein Bildschirm unterstützt das nicht, bin mir nicht so ganz sicher. Davon abgesehen können wir hier auch unter erweiterte Anzeige gegebenenfalls die Aktualisierungsrate erhöhen. Ich habe hier folgende verschiedene Möglichkeiten bezüglich der Aktualisierungsrate. Ihr solltet die Aktualisierungsrate einstellen. Die höchste, die euer Monitor unterstützt. Das braucht zwar mehr Leistung, sorgt aber für gleichmäßigere Bewegung in Spielen. Das ist mal so das Erste. In der Regel wird das von Windows hier alles automatisch eingestellt, aber das gilt für alles was ich euch zeige. Ihr könnt da selber mal reinschauen, um nachzusehen, ob Windows hier wirklich die optimalen Einstellungen verwendet. Gehen wir wieder zurück, nachdem wir die Aktualisierungsrate eingestellt haben und dann klicken wir hier in verwandte Einstellungen auf Grafik und hier wird uns jetzt eine Liste mit verschiedenen Windows Apps angezeigt. Leider sind da auch ein paar ältere Apps dabei, die gar nicht mehr auf dem Rechner installiert sind und da können wir jetzt unter Umständen mal ein bisschen Hand anlegen. Zum Beispiel hier bei Fortnite. Das ist ein Spiel, was ich relativ regelmäßig spiele und auch streame auf Twitch. Das nur by the way. Link unten in der Videobeschreibung. Und wenn wir da draufklicken, dann sehen wir bezüglich der Grafikeinstellungen, dass Windows hier entscheidet. Wir klicken auf Optionen und können uns dann zwischen dem Energiesparmodus, der hohen Leistung oder einigen anderen Optionen entscheiden. Ich würde hier mal die hohe Leistung ausprobieren und mal sehen, was das für Änderungen im Spiel mit sich bringt. Ich schaue mir das allerdings in Ruhe an. Ich werde euch das jetzt hier nicht demonstrieren. Wir gehen als nächstes zum Microsoft Flight Simulator. Der ist auf Höchstleistung eingestellt. Das wird automatisch gemacht. Und bei Fortnite sehen wir jetzt im Vergleich, da haben wir manuell auf hohe Leistung das Ganze eingestellt und so können wir das für jede App machen. Die Microsoft Store App läuft zum Beispiel im Energiesparmodus. Das ist gut. Minecraft Java benutze ich gar nicht. Minecraft Windows. Hier entscheidet sich Windows für die Höchstleistung. Das ist okay. Railworks, Startup Valley. Ebenso kann man hier alle Eintragungen durchschauen, ob man damit einverstanden ist und gegebenenfalls kann man das dann alles ändern. Wir können außerdem hier auch neue Apps hinzufügen. Zum Beispiel eine Windows Store App wie Everspace 2. Die war vorher gar nicht drin. Die wurde offensichtlich nicht automatisch erkannt. Und auch hier können wir dann einstellen, was die Windows 4 Einstellung bezüglich der Grafik sein soll. Das mal als erster Tipp vorweg. Es sind einige Spiele dabei, die das Windows so nicht findet automatisch. Hier gibt es die Möglichkeit reichlich noch nachzuoptimieren. Und als nächstes gehen wir dann in die Einstellungen der Grafikkarte. Wie ihr das bei ATI Grafikkarten macht, kann ich euch leider auch nicht sagen. Mit meiner Nvidia Karte funktioniert das so. Wir haben ja zum einen hier die GeForce Experience. Optimierungsmöglichkeit, die ich euch schon in diversen anderen Videos vorgestellt habe, versuche ich euch am Ende dieses Videos zu verlinken. Hier können wir nach neuen Spielen suchen und wir können die gefundenen Spiele dann auch automatisch optimieren lassen. Zum Teil funktioniert das vielleicht auch nicht. So wie hier bei Assassin's Creed. Da müsste man jetzt erst das Spiel starten und wieder schließen, um die Einstellungen optimieren zu können. Und leider ist es so, dass das Programm früher mal ziemlich gut war, dass es inzwischen eigentlich nur noch ein Drittel der Spiele oder so unterstützt. Das ist wirklich schade. Zum Beispiel werden Windows Store Apps so gut wie gar nicht unterstützt. Ausnahme ist jetzt hier dieser Flight Simulator. Auch die Spiele, die über den Epic Games Store installiert werden, werden hier nicht unbedingt automatisch aufgeführt. Fortnite jetzt schon. Zum Teil muss man die Spiele leider auch noch selber optimieren, muss da selber Hand anlegen. Zum Teil werden die Spiele automatisch optimiert. Zum Beispiel von der Xbox App hier unten, der Flight Simulator, aber auch da sollte man ab und zu mal reinschauen und überprüfen, ob die Spiele grafikmäßig optimiert werden. Wir lassen das GeForce Experience Tool jetzt mal links liegen und nähern uns der Nvidia Systemsteuerung. Das ist der nächste Bereich, in dem wir einige Einstellungen vornehmen werden und wir klicken hier in dem oberen Bereich 3D Einstellungen auf 3D Einstellungen verwalten und dann öffnet sich dieses Menü hier und da werden wir jetzt verschiedene Optimierungen vornehmen. Wir fangen an mit der Umgebungsverdeckung. Hier können wir einstellen aus, Leistung oder Qualität. Ich würde hier mal Leistung einstellen wollen. Als nächstes geht es dann in den Bereich Anisotrope Filterung. Hier stelle ich 16-fach ein. Im Bereich DSR Faktoren das Ganze schalten wir aus. Dann gibt es den Energieverwaltungsmodus. Hier stellen wir ein maximale Leistung. Das Ganze wieder übernehmen. Flackert hier alles so ein bisschen. Den Modus für geringe Latenz, den schalten wir ein. Und zu guter Letzt prüfen wir noch, ob die Shredded Optimierung auf Auto steht. Das Ganze wieder übernehmen. Flackert wieder ein bisschen, dauert wieder ein bisschen. Das war es erstmal in diesem Bereich. Und zu guter Letzt begeben wir uns nochmal in die Einstellungen. Suchen dort nach dem Spielmodus. Spielmodus aktivieren. Der Spielmodus ist bereits aktiviert. Wir können uns hier außerdem noch die Einstellungen genauer anzeigen lassen. Die bringen uns allerdings nur wieder in den Grafikmodus, den wir eingangs besprochen haben. So viel zur Optimierung eurer Grafikkarte. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar. Habt ihr es ausprobiert? Hat es was gebracht bei euch? Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin machts gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss.